Die Krankenschwester ist einfach das fürchterlichste, was es gibt, ey, ich hasse die, die, die... Möchte rennen. Es ist nicht die Krankenschwester, das sehe ich an den Haken. Okay, ich sollte die Musik ausmachen. Ach ja? Das sehe ich an den Haken. Weißt du, wo der Killer ist, Bro? RIP. Nein! Ich bin der Stolz. Ach ja, ich habe das Ding vergessen. Na, wer ist das hier? Kevin's! Ich glaube, es schwebt. Wir repariert mich jetzt. Ist das die Krankenschwester? Ja. Ich glaube, ich sehe das an den Haken. Ich war über die Krankenschwester. Lollollollollolloll! Ich glaube, es hat sich aber akzeptiert. Der Scheissatmen. Ihr ist die ganze Zeit bei mir, okay? Ich sehe es. Ich sehe siemniejst das Ding. Perfekt, jetzt ist sie weg. Ich bin ein verfickter Dead by Daylight, Gott. Ich weiß nicht, aber das sieht irgendwie aus, als würde ich jedes Mal einschlafen. Ähm, Michi? Gott, wer hat das gesehen? Also, ich bin das nicht. Nein! Oh Alter, sie ist es Atmen immer danach. Ja! Fuck! Bei mir, ich weiß nicht, wo er bei mir ist. OK, jetzt nicht mehr bei mir. Ja, jetzt nicht mehr, sie hat dich verkackt. νοin! Nein, nein! Nein, 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 nein. Nein! Hallo! Hallo, wer auch immer da ist. Ich hab meine... Achso. Ah. Ich hab ab. Du gehst oder was? Nein, ich flüchte gerade. Ab wann habt ihr einen Platz frei? Im Moment geht's nicht mehr. Wir sagen uns, dass wir einen gescheitsten Platz frei haben, ok? Aha. Kommt immer zum falschen Zapp. Lol. Nein! Es verfolgt mich wieder. Ja, es verfolgt mich wieder. Warum ich verfolge mich irgendwie? Naja, ich mach mich da mal auf die Suche nach... Aha. Generator. Ich bin einfach ein Dead by Dead, oh Gott. Aua! Kiss, Clemens. Ich hab mich ausgetrickst. Mach den fertig. Mach den fertig. Mach doch den fertig. Halt die Fresse, Clemens. Es ist hier taktisches Geschick gefragt. Warum läufst du ihm hinterher? Ok, lauf halt aber wieder weg. Kein Ding. Ja, ich lauf weg, ey. Wenn du weiter meine Position verrätst... Ja, pfff. Nein, das ist nicht... Boah, Alter. Ich dachte gerade, irgendjemand steht hinter mir. Oh nein! Ahahaha! Erlebt mich doch! Pfff. Pfff. Guck nach oben! Ich liebe dieses Game. Alter, ich kann mich nicht um das Auto transporten. Hä? Warum? Ja, ich konnte entspannen. Ne, das geht nicht. Das ging gerade nicht. Ja, ich bin fertig. Ich hab mich selber gehackt, du. Aua, Aua, Aua! Hihihi. Mann, so gut, dass ich diese Kunde führe. Was war? Die ist immer noch bei mir, ne? Also von daher... Ha, du Kunde, bitte. Aaaaah. Macht doch jetzt mal Generatoren hier. Nein! Weiß ich nicht. Aaaaah, Mann! Ich könnte auslassen, dass es soll abfangen. Weißt du die Kacke, dass du's fiebelst? Weißt du, ihr Scheiß? Warte nicht um diesen verfickten Wagen rum! Mensch! Ich geh davon! Ich kann da nicht vorbei! Was soll denn die Scheiße? Mann! Dieser verfickte gerade mich wässer zum Fett, um den Scheiß Wagen zu gehen. Ah, weißt du was? Fiebelst, fick dich! Ne! Ne! Ja komm, jetzt atmen wieder drei Stunden! Ich werde gejagt. Glaub ich. Ne, doch nicht. Okay, bezieck dich! Jetzt provozier mich nicht! Boah! Und du wirst aber vorgest mich! Alter, das ist das Mobbing! Der Kinder hat das gemobbt. Also, die sind bei den Possen. Die sind bei den Possen. Oh lol! ja ich komme ich weiß schon mal wo die luke ist bitte lassen sie mich lieben das kann man hier machen das gute ist ja ich habe den perk dass man sie kurz danach riecht ich habe den perk dass ich sie bis glaube ich zumindest wenn ich sie angucke also ein tor schon fast 12 offen diese lassen sie mich entfrieden ich kann mich selber ich habe den perk dass ich sie auf 76 meter sehe dass ich selber heilen kann um den hunde noch eine fahr ja was ich will mir das ist ein tor haben auch wenn ich jetzt kämpfe was nein am besten gar nichts mehr ströck also wenn du weiter im hartgangs gar nichts mehr drücken ok ach was für ein dreck was für ein scheißdreck wie genau kann man dadurch eigentlich nicht sterben die sache ist jetzt sie ich will nicht kämpfer aber schade dass diese perfekte luke noch neben mir ist direkt ne kriech weg doof kriech weg aber man kann sogar kriechen jetzt musst du in der tasse sparen weil es kommt lauf 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 folge mir folge mir doof folge mir doof folge mir folge meiner stimme hier 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 komm 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 was lockst du denn immer weiter immer weiter immer weiter immer weiter am bus vorbei am bus vorbei ich glaube ich stehe nicht ich halte sie auf lauf durch lauf durch lauf durch ok hier ist ne wand lauf durch doch hier ist ne wand hey was jetzt kommen wir doch nicht durch jetzt 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 hey lassen sie mich in frieden so ich muss jetzt essen bisschen auto du bist auch dadurch geil also kannst du nicht zu machen oder was erst mal weg bis später so irgendwas wo ist die scheißfahrze clemens ich weiß dass der wahrscheinlich direkt hinter mir steht jo hier ha moin wie gehts ja ok ok michi jetzt versuch durch lauf mal durch lauf mal durch was war die scheißdreck ja tschau ja tschau MENCH diese verriegte drecksfahrze ist so fett um einen scheißwagen zu werden ich stehe direkt an dem wagen dann breite das ding dauer ab dann bin ich komplett aufgeladen und was passiert ich gehe den schritt zurück und schmeiße dich voll gegen den wagen und das permanent Alter was habt ihr für clocks alles drin gehabt alle aussagen ja Mensch ist das eine Pistole ja die geht zum top ich pisse auf die gegner mario kannst du dich mal bitte da runter nehmen mario sag einfach ja oder nein ja ach so das du Hurensohn so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja Tanzverbot ist am Start zauern die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Gänse die 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 Don't die! Oh my god!